Prioritäten Möge die Jade-Schlange euch leiden 6 Apfelblütenwein sammeln Wir müssen die nur anklicken, der Teng schleppt die dann Was ganz praktisch ist, man muss dafür nicht abmauten Für gewöhnlich macht man die Quest natürlich miteinander zusammen, dann ist man sowieso abgemautet, während man gegen die anderen kämpft Oh, man muss doch mittlerweile abmauten Okay, auf dem B, das aber ging es noch ohne Ja, das soll uns nicht weiter standen Wir müssen die nicht schleppen Eins sind da ganz viele Und da ist nochmal 3 Jetzt müssen wir das erste Mal anrufen Auf die Range gehen Ja, das ist noch nicht Ja, das ist noch nicht Das ist noch nicht Ich muss mich nicht aufhören. Anub Arak Anub Arak